Auf der Indel Malta hat Nanny ihr Tinder-Date mit Kyle. Er hat sie an seinen Lieblingsplatz direkt am Meer geführt. Von hier aus hat man hinter sich den alten Stadtteil Valletta und vor sich den Blick auf das moderne Wohnviertel Sliema. Und du bist hier in Valletta? Ja, in Valletta. Es ist nicht so weit weg. Das ist toll. Ich habe etwas vorbereitet für uns. Du magst white wine? Ja, ich liebe white wine. Ja, ich liebe drinking. Das ist dein Glas. Danke. Sie ist mein Typ. Es ist genau das, was ich in den Bildern gesehen habe. Both of us haben Tattoos und ich liebe Tattoos für Mädels. Und ja, sie sieht ausgleichend. Das ist wirklich gut. Also mein erster Eindruck ist sehr positiv. Er ist extrem fesch und er riecht gut. Also, und ich glaube, er trainiert auch, so wie er auch schon. Ja, mit Sicherheit. Denn der Körper kommt nicht vom Weintrinken. Aber gut aussehen ist nicht alles, denn für ein Picknick mit Wein braucht es mehr als Alkohol und Gläser. I think I forgot to get a corkscrew. I don't know how we're gonna open it. Really? Yes. No, I think. No. Really? You had me try. I can do this. Woman's power. Yes, I'm gonna try to make her drunk, because that's what she wants, and usually it works on ladies. Zuerst dachte ich, er ist sehr gescheit, aber doch nicht so gescheit gewesen. Ich meine, dass so was mir Blondine passiert, ist ja, standard, aber naja. You know, I actually feel shy like this. Scheiße, sonst müssen wir ins Hotelzimmer einen Korkenzieher holen. You know what, I'm gonna start to eat. I'm getting boring. I'm sorry. I'm sorry. This is a really tough date. Ja, ganz geschickt ist er nicht. You're a strong man, you can do it. I trust you. The problem is, my finger is small. I'm not gonna take care of you. It's already started. Ja, da kommt Kyle nun ins Schwitzen. Sind doch seine Finger zu kurz. Oh. No. Look, you see? I think you have to buy me a new dress tomorrow. No problem. It's my fault. I was so excited to go on a date that I forgot to bring a corkscrew. I forgot I have a pen. Oh. Silly boy. Oh, I'll get it. I'll let it dry. Let's drink. Every time I'm getting boring, I start to drink. Sorry for being that honest. You're right. I didn't know that. I will go to speak to the barman I bought from. Thank you. I didn't ask you before. How old are you? You're still looking young. I'm 24, but I like them. 24? Oh my gosh. I'm a MILF for you. I like them. That's good. No, it's true. It's true. Like my past experience is I always went on a date with older ladies than me. Since I was young. Since I was 16. I was going in that lane. Schaut's mich an. Ich bin doch eine MILF, oder? Für mein Alter gut erhalten. In der Zwischenzeit hat Kostina sich im Hotel um das Problem der Klimaanlage gekümmert und für beide das Zimmer gewechselt. Gut gelaunt macht sie sich bereit für ihr heutiges Date mit Walter Ersatz. Derek. Eine Suite hat die Prinzessin Kostina bekommen. Ich wurde nämlich abgegradet, weil ich mich wegen der Klimaanlage beschwert habe. Jetzt haben sie mir eine wunderschöne Suite gegeben. Das macht mich richtig happy. Dann kann ich mich in voller Pracht bewundern. Der Egoismus ist der dueinio de tu vida. Eres mia. Mia, mia. No te hagas la lo que su mi bien, ya lo sabías. Eres mia. In Prag hat Niklas auf seinen Freund Armin gehört und sein Date Anet stehen gelassen. Es geht ja um die männliche Ehre und darum, mehr Frauen zu bekommen als sein Freund Armin. Der Tinder-Nachmittag hat sich ausgezahlt für die beiden und die Dates für den Abend stehen. Heute müssen wir fresh sein. Ja, aber ich habe nur immer ein bisschen Schuldgefühle. Warum? Die Anne tut mir schnuppel leid, keine Ahnung. Ja, hör auf mit dir, Mann. Ja, das ist schon recht. Das ist doch unnötig, weißt du. Ui, aber nein, Mensch. Echt? Aua. Schreib, mach direkt was aus. Wir schauen halt dann immer, welchen wir erreichen. Alles kannst du eh nicht anschreiben. Aber ja, jetzt gehen wir zu unserem eigentlichen Date. Okay, ich muss jetzt bald einmal los, weil ich will jetzt das nächste Date. Echt? Was? Wir gehen Boot fahren. Alter, ist echt eine gute Taube, Alter. Echt? Ja, voll. Aber ich erzähl dir noch nicht so viel, Alter. Ich zeig dir noch ein Bild. Okay? Ich bin schon gespannt. Perfekt. Ich muss jetzt gleich noch was einkaufen gehen, für Sie. Ich gebe Gas. Und, ja, Mann, alles klar. Und zieh nicht den kleinen Scheiß auf wie gestern. Natürlich nicht, Bro. Nein, heide. Hoffen wir, dass es heute Abend besser läuft, wie letztes Mal. Für die Burschen steht es 1 zu 1 bei der Wette, auch wenn Armin nicht bei seinem Date übernachtet hat. Also geht es anscheinend nur um Sex, den man behauptet, gehabt zu haben. Niklas geht mal shoppen. Ob er hier in ein anderes Universum eintaucht, steht in den Sternen. Sollte das Date jedoch schlecht laufen, besteht eine gute Möglichkeit, sich hier im Laden zu blitzdingsen. Ich glaube, ich habe alles beieinander. Jetzt habe ich leider keinen Wein gehabt, aber noch besser. Ich habe jetzt quasi so Cocktails in der Flasche gekauft. Ist vielleicht einmal eine bessere Idee als der labbrige Wein. Und klassisch eine Toffi-Fee, weil ich glaube, jede Frau braucht etwas Süßes. Ja, Niklas ist wieder einmal vorbereitet, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Treffpunkt des heutigen Dates ist direkt beim Nationaltheater von Prag. Hallo, mein Lieber. Ich hoffe, dass unser Appointment still steht. Und ich warte für euch hier, an dem Ort, wo ihr seid. Also, ich hoffe, ihr kommt. Bye-bye. Normalerweise hätte ich den Tag mit da nicht verbracht und wäre sicher ein genialer Tag gewesen. Und eigentlich fühle ich mich jetzt gerade echt scheiße, dass ich eigentlich nicht auf mein Herz gehört habe, so wie ich es immer tue. Und ja, dass ich mich da einluhlen lassen habe von ihm, nur eben, weil ihm sowas wichtig ist. Aber ja, jetzt stehe ich halt da. Ich kann auch nichts mehr ändern. War eine dumme Entscheidung. Das Herz von Niklas hat einen Kratzer. Selbst schuld. In Kürze kommt sein Date und wir filmen mit versteckter Kamera mit. Oh, hey. Hi. Hi, Christina. Nice to meet you. It's so good that it works. How are you? Are you doing good? Uh, yeah, like, I'm after my work, so I'm so excited to have, like, free time. I was walking the whole day, so I'm a little bit exhausted, too. It's no problem. Okay, so, um, I have an idea. Uh, we, um, I thought, I saw some boats, um, like, you paddle. Yeah. Yeah? You, you want to go on the ride? Yes, I love it so much. Yeah? Oh, yeah? Yeah, right? Because I never did it, like, one or two years ago. So, I think it's a good, and it looks so beautiful down there. Okay, yeah, okay. Yeah, perfect, so we go. Oh, eine Bootsfahrt, Kreisch, Christina freuts. Gut, die weiß auch nicht, dass die eigentlich für Annette gedacht war. Solange sie sich freut, nutzen wir die Chance und erklären ihr, dass wir gerne mitfilmen würden. Oh, okay, okay. Yeah? Okay, yes, I think, I can do this, like, oh, okay. Okay, Christy, cool. So, we have to wait until it's cream. Okay, I'm sorry that you're afraid a little bit, but they are really nice people. So, no worries. Yeah, I hope so. I hope so. I know. Ja, ich glaube, also, sie war schon sehr begeistert eben von diesem Ausflug und so. Also, denke ich mal, wenn sie mir jetzt nicht anlegt, das wird sie doch sehr romantisch verantwortlich sein. Da funktionieren meine Taktiken doch ein bisschen besser. So, Christy, you're like a more romantic type of girl or what are you? Ja, aber halt nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu erklären. So, you're also strong and independent woman? Yeah. But with a romantic touch? Yeah. Gut analysiert Niklas. Dieser erhofft nun, ihr Herz mit der Bootsfahrt in den Sonnenuntergang zu erobern. Auch wenn seines noch an Annette hängt. So much water inside. So I just do the paddling, it's okay. Oh my God. It's an adventure. In Porto Roche ist Luis mit Masha auf eine Anhöhe gefahren, um mit ihr alleine zu sein. Dort hat er noch eine ganz spezielle Überraschung für sie geplant. Can you go hinter den Stein? Behind this? Behind the stone. Okay. Let me know in your life. Okay, let me know in your life. Excited. What's gonna happen? I can't wait to see what he brought to eat because I'm quite a foodie. So I'm heart impressed. I can't wait to see what he brought to eat because I'm quite a foodie. I have a foodie. I can't wait to see what he brought to eat. I can't wait to see what he brought to eat. Wow! Oh, das ist so süß! Wow, mit der Beard, das ist richtig! Ja, das ist für dich. Das ist so süß! Cheers, Prost! Prost, Allah! Love the music choice! Yeah, maybe you guys could live already. Dieses Lächeln in den Augen und am Mund, das war einfach nur traumhaft. Oh my god, your tattoos! It's falling apart, yeah. Oh my god! Your result! Das ist aber nicht gut! Vielleicht nicht ein kleines Füßchen aus. Vielleicht auch ein Kuss. Vielleicht auch... Ja, das ist ein Kuss. 100 Punkte für Luis. Tja, da wird der Tinder King seinem Namen gerecht. I don't like modern music like this. Especially EDM. If you say you listen to EDM, I'm gonna walk right off. That's like... the most important thing. The worst music in the world. I hate this shit, mother fucking EDM. Ja, bleib einfach du selbst, heißt es immer, dann geht nix schief. Das momentane Selbst von Luis scheint Mascha mehr als zu gefallen. Maybe we can get a kiss from you? Maybe, cause you asked. Ja, she's the one. Da bewegt sich einiges. Ähm, und das sind nicht nur grad irgendwie meine Lippen oder meine Hände, sondern halt auch... andere Dinge, ne? That was nice. Yeah. He's a pretty good kisser. Gentle. Boden weg. Welt weg. Ich weg. Nur sie war nur mehr da. Ich hab nie mehr gewusst, wie mir geschieht. Und plötzlich war's vorbei. Auf der Insel Malta ist Nanny bei einem Date mit Kyle. Dieser ist 24 und Nanny... Naja, knapp drüber. Um mindestens 10 Jahre. Aber das stört nicht, wie es scheint. Du hast vorhin gesagt, dass du eine älter Frau genannt hast. Ja. Du siehst nicht älter als ich. Danke. Du siehst nicht, wie alt ich bin. Aber es ist nicht wichtig für heute. Oh, es ist nicht wichtig. Ja. Du weißt, was eine Milf ist. Du hast es vorhin gesagt. Was ist eine Milf? Mother, I love to fuck. Mama, I love to fuck. How does a Milf look like? A Milf? Yeah. She looks like you, but she's a mom. Did I ever tell you how beautiful you are? Thank you. Natürlich ist es ein Kompliment. Obwohl, ab einem gewissen Alter weiß man nicht, ob man noch tauglich ist, Sex zu haben, oder ob man froh sein sollte, in dem Alter zu sein, dass man noch Sex hat. Are you lying? No, no, I'm not lying. I love... You're confusing me a little bit. You have perfect eyes. It's exactly what I like. Thank you. Cheers. It was boring in the beginning. Is it getting better? It's getting better, yeah. I think you need more wine. I think I need more wine. Be careful. I hope you can drink a lot. Yes, yes, I can drink a lot. I like drinking games. Während Nanny in Komplimenten badet, feiert Costina noch immer die neue Suite. Natürlich vor dem Spiegel. Date-Vorbereitung à la Costina eben. Ich fühle mich sehr sexy. Die wollen schon raus. Später! Ich freue mich schon auf mein Date. Okay, ich glaube, ich muss jetzt los. So sexy. Und die beiden Argumente wieder gut verstaut, macht sich Costina auf zu ihrem Date, direkt vor dem Hotel. Wir filmen mit versteckter Kamera mit, aber Derek lässt auf sich warten. Fängt ja mal gut an, dass er mich warten lässt. Eigentlich komme ich immer zu spät. Ich lasse die Männer absichtlich warten. Ich glaube, das ist jetzt mein Karma dafür. Ich hatte heute mal ein bisschen mehr Zeit und ich dachte, ich bin einmal im Leben pünktlich, das habe ich davon. Während Costina sich selbst filmt, taucht auch schon Derek mit einer kleinen Verspätung auf. Sie ist vom ersten Moment an Feuer und Flamme. Und da ist er schon. Hi, Derek. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. How are you? Hey, it's popping everybody. He is late. He is late. A little bit. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you finally. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Voll mein Typ, oh mein Gott. Der muss sich gleich verarschen. Ich weiß nicht, du hast dich so aufgewöhnt.